Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Spieltagswoche auf Schalke, es geht endlich wieder los mit der Liga, mit der zweiten Bundesliga. Und zwar am Freitag steht ja unser Auftaktspiel an gegen den HSV. Bis dahin gibt es aber sicherlich noch ein bisschen zu tun, denn vor allem das Thema Innenverteidigung ist ja aktuell bei uns sehr präsent. Wir haben zum einen das Thema Timo Baumgartel, wo wir heute mal ein kleines Update zu geben. Aber natürlich auch das Problem Leo Greimel und wer ihn auch dann gegen den HSV neben Kaminski verteidigen könnte. Ansonsten gibt es auch Neuigkeiten zu Memo Aydin. All das und mehr haben wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Legen wir erstmal los mit dem Thema Mehmet Can Aydin. Ich denke mal, ihr habt ja gestern gesehen, es gab keine aktuellen Schalke News, weil ich selber beim Schalke Tag vor Ort war. Und trotzdem können wir, glaube ich, die Geschehnisse der letzten Tage relativ kurz zusammenfassen. Tespik gegen Twente war sicherlich ein ganz guter Eindruck. Gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher einem beim Thema Leo Greimel. Aber jetzt erstmal ganz kurz zu Mehmet Can Aydin. Denn dort sah es ja in den vergangenen Tagen schon gut aus, dass er uns verlassen könnte. Ein Wechsel zu Trabzonspor war ja Thema. Aber genau dieser Wechsel ist wohl nun geplatzt. Denn laut dem türkischen Regionalmedium Kusey Anodolu konnte sich Trabzonspor nicht mit Schalke auf eine Ablösesumme einigen. Bei Sky hört sich die ganze Geschichte nochmal einen Ticken anders an. Aber auch da wird nochmal klar gemacht, Memo Aydin möchte auf Schalke bleiben. Denn auch der große Schlamann von Sky hat nochmal getwittert, dass Aydin wohl nicht auf das Locken von Trabzonspor eingehen möchte. Sein klares Ziel lautet sich durchsetzen auf Schalke. Und damit ist natürlich auch klar, bietet er uns natürlich nochmal eine gute Alternative für uns. Problem ist sicherlich aber für Aydin selber, es wird halt schon schwierig auf Spielpraxis zu kommen. Denn allein das Testspiel gegen Twente hat er zum Beispiel gezeigt, Brunner fiel er die Woche ein bisschen im Training aus. Deswegen hat er nicht von Beginn an gespielt. Erste Alternative ist eben dann aktuell dort Henning Matriciani. Oder Henning Matriciani, wenn man es richtig sagen möchte. Und somit hat es Aydin sicherlich auch weiterhin schwer. Ich persönlich würde ihn sogar auch mal ganz gerne in unserem 4-3-System im Zentrum sehen. Weil dort kommt er ja sogar her, hat er dort in der Jugend sogar gespielt. Also an sich ist für mich auch Aydin ein Spieler, den ich jetzt nicht auf Teufel komm raus abgeben würde. Weil er einfach dafür eine Flexibilität mitbringt in der Defensive, die in der Kaderbreite auf jeden Fall ganz gut ist. Aber er ist halt ein junger Spieler. Junge Spieler müssen viel spielen. Und das wird halt auf Schalke sicherlich auch weiterhin schwierig sein. Aber Aydin selber will eben auf Schalke bleiben. Und einer, der zu Schalke kommen soll, das ist ja Timo Baumgartel. Und dort soll es auf jeden Fall schnell gehen mit einem Transfer. Und trotzdem hakt die Geschichte weiterhin. Denn auf Schalke ist auf jeden Fall klar, man will diesen Deal bis zum Freitag gegen Hamburg unglaublich gerne abschließen. Auch das hat der Kicker nochmal gemeldet, um einfach eben dann im besten Falle Baumgartel für dieses Spiel schon zur Verfügung zu haben. Er selber ist ja auch bereit zu Schalke zu wechseln. Auch Thomas Reis wünscht sich ja einen neuen Innenverteidiger. Und trotzdem hakt die Geschichte weiter. Also beim Thema Baumgartel hat sich grundsätzlich nichts geändert. Der Deal ist laut Sky auf einem guten Weg. Auch der Spieler will unbedingt zu Schalke. Allein deswegen sieht es schon sehr, sehr gut aus. Aber finanziell gibt es eben weiter Klärungsbedarf. Und dort geht es halt nicht so richtig voran. Baumgartel ist ganz klar Schalkes Top-Kandidat für die Innenverteidigung. Man will ihn unbedingt holen. Problem ist, die PSV Eindhoven möchte auf einmal eine kleine Ablösesumme haben. André Hechelmann, unser Sportdirektor, ist nämlich bislang davon ausgegangen, dass eben Baumgartel seinen PSV-Vertrag auflösen würde und Schalke eben dann nur Handgeld zahlen müsste. Das ist aber eben jetzt nicht mehr der Fall. Eindhoven will zum einen möglicherweise eine geringe Ablösesumme, auf jeden Fall ein paar Bonuszahlungen. Sollte zum Beispiel Schalke den Wiederaufstieg schaffen, dass eben dann Eindhoven noch ein bisschen Geld für Baumgartel bekommt. Auf der anderen Seite ist aber auch dann klar, sollte Schalke tatsächlich noch ein bisschen von dem zahlen, dann würde sicherlich auch das Handgeld für Timo Baumgartel ein bisschen geringer ausfallen. Ich glaube, da gibt es eben dann aktuell noch so ein paar finanzielle Probleme. Das sind aber sicherlich auch Sachen, die man auf jeden Fall klären kann. Thomas Reis, der will Baumgartel auf jeden Fall unbedingt vor dem Liga-Start haben. André weiß genau wie ich, dass wir den Spieler gerne so früh wie möglich hätten, um gut dazustehen. Und Fakt ist, sollte Baumgartel zu uns kommen, ist er natürlich auch als Stammspieler eingeplant. Ob er aber auch dann schon für Freitag eine Option für die Startelf ist, das lässt Reis zumindest bald für den Fall der Fälle offen. Muss man schauen, inwieweit er bei uns aufschlagen würde, wie weit seine Trainingsaktivität dann wäre. Ich habe ja gesagt, dass wir da personell ein bisschen in der Unterzahl sind. Und somit kann man auf jeden Fall davon rausgehen, wenn Baumgartel kommt, dann wird er auch relativ zügig eine große Rolle bei uns spielen. Und es ist auf jeden Fall so, Baumgartel ist bereit für einen Wechsel zu Schalke 04. Es sieht alles schon ganz gut aus. Es gibt aber weiterhin finanzielle Hürden, die halt noch geklärt werden müssen. Und ich hoffe, dass man dort innerhalb von heute, vielleicht morgen dann noch wirklich zum Abschluss kommt. Denn bedingt durch das, was am Wochenende passiert ist, brauchen wir natürlich erst recht Verstärkung in der Innenverteidigung. Ich glaube, es war eine Szene, die uns Samstag beim Testspiel gegen Twente allen wirklich auch wehgetan hat. Natürlich war es grundsätzlich erstmal ein ganz unterhaltsames, gutes Freundschaftsspiel, was sicherlich zum Gucken auch durchaus Spaß gemacht hat. Aber diese Szene früh auch im Spiel schon mit Leo Greimel, die war dann schon extrem bitter. Denn Greimel musste ja früh verletzt ausgewechselt werden, hat direkt gespürt, dass am Knie was ist, wollte es nochmal probieren. Drei Sekunden später lag kaum Platz und konnte eben dann doch nicht mehr weiterspielen. Die ganze Mannschaft kam zu ihm, denn man hat natürlich auch Greimel selber angemerkt, ja, es ist halt mal wieder etwas am Knie. Und eine MRT-Untersuchung hat er dann ergeben, dass es eine Kreuzbandruptur im rechten Knie ist. Sprich, die Medien sprechen von einem Kreuzbandriss und die genaue Ausfallzeit kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert werden. Greimel fehlt uns aber lange, im schlimmsten Falle sogar nahezu die komplette Saison. Und André Hechelmann hat sich auch nochmal zur Verletzung von Greimel geäußert. Die Verletzung ist wahnsinnig bitter für Leo. Er war bis zum Spiel gegen Enskede sehr stabil durch die Vorbereitung gekommen. Dieser schwere Rückschlag tut uns unendlich leid für ihn. Wir werden Leo mit allen Kräften dabei unterstützen, den Weg zurück in die Mannschaft zu finden. Und ich glaube, da können wir Fans uns auch anschließen. Alles Gute, eine vollständige Näsung für Leo Greimel, der damit jetzt schon die dritte schwere Knieverletzung in seiner noch jungen Karriere hat. Er ist ja gerade mal 22 Jahre alt. Er kam ja zu uns mit einem Kreuzbandriss. Dann war er ja so langsam wieder fit im letzten Herbst gewesen. Dann gab es eine Meniskusverletzung, wodurch er ja dann auch über drei Monate ausgefallen ist. Und jetzt eben dann dieser Kreuzbandriss. Und das ist natürlich schon echt eine unglaublich bittere Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wie es dann noch mittelfristig mit Leo Greimel weitergehen wird. Denn wenn du halt als junger Spieler so viel Pech hast und dann noch am Knie, ist das natürlich schon bitter. Jetzt geht es für ihn darum, ja wieder gesund zu werden, auch wenn das natürlich ein bisschen dauern wird. Und damit haben wir natürlich auch wirklich das Problem Innenverteidigung gegen den HSV. Der Baumgartel-Deal, der hakt weiter. Greimel fehlt uns auf jeden Fall. Und damit ist eine Sache gegen Hamburg auf jeden Fall klar. Die Position neben Marcin Kaminski, die ist aktuell auf jeden Fall frei. Und wir haben in Summe nur drei Innenverteidiger zur Verfügung. Neben Kaminski sind das Henning Matriciani und Ibrahima Cissé. Und somit ist natürlich dann die große Frage, wenn der Baumgartel-Deal weiterhin hakt, wodurch man ihn vielleicht erst Mittwoch oder Donnerstag verpflichten kann, würde er dann gegen den HSV in der Startelf stehen. Ich persönlich kann es mir noch nicht so wirklich vorstellen, ob es dann wirklich soweit sein könnte. Ich glaube, gegen Hamburg werden wir in dem Kaminski entweder Matriciani oder Cissé sehen. Und da ist halt die große Frage, ist das gut genug? Und wie ist denn grundsätzlich jetzt auch der Plan mit Cissé? Kommt dann noch ein weiterer Innenverteidiger? Und ich glaube, wir haben gegen Twente alle gesehen, was Ibrahima Cissé auszeichnen kann. Thomas Reis hat ja auch gesagt, das war zwischen Genie und Wahnsinn. Wenn man da mal so gesehen hat, welche Dribblings Cissé drauf war, dass auch man mutig agieren kann, unglaublich kaufballstark ist, auch schnell ist, dann sind das tolle Attribute. Und trotzdem gab es natürlich auch vor allem zu Beginn, wo er reingekommen ist. Ein paar Szenen, wo man sich echt gedacht hat, boah, also Cissé, der muss echt deutlich, deutlich konstanter werden. Trotzdem freue ich mich, dass Cissé aktuell da ist, dass er Chancen bekommt. Und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das im Laufe der Saison sehr, sehr gut funktionieren kann. Für das Spiel in Hamburg bin ich dann nochmal gespannt. Ich glaube, da könnte sogar eher Matriciani innen verteidigen, auch wenn wir Fans uns ja durchaus einig sind, dass er eher auf die Außenbahn gehört. Und somit kann es auf jeden Fall auch sehr gut sein. Und davon gehe ich mittlerweile auch aus, dass wir, wenn das mit Timo Baumgartel klappt, auch im Laufe des Transferfans noch einen weiteren Innenverteidiger zu uns holen. Ob das dann beispielsweise ein Maxim Leitsch ist, wodurch man dann drei mögliche Stammspieler hätte mit Baumgartel, Leitsch und Kaminski oder eher einen typischen Ersatz-Innenverteidiger als Herausforderer, als gute, solide Lösung, muss man sicherlich nochmal gucken. Aber in Sachen Innenverteidigung wird bei uns auf Schalke auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zu den aktuellen Schalke-News in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!